so leute willkommen zurück zu wicker liste protokoll beim letzten mal sind wir hier stehen geblieben und ja freunde wir haben endlich eine knarre endlich seit der letzten folge der horror geht weiiiiter ach du heilige scheiße sieht aus als würde sie infizieren und in diese bestien verwandeln nimm den aufzug runter zur nächsten ebene folge dann den schildern zum medizinbereich ich melde mich alles klar lokalisieren lokalisiere den medizinbereich alles klar ihr leiders warte mal kann ich die zerstören kann ich aber ist doch was drinnen ne scheint nicht so ne ok na gut wenn du noch ein schuss so ok von hinten anschlägen schnell tötung ok sehr schön revolver munition oh scheiße komm lad mach ja wohl Sehr schön, sehr, sehr schön. Bewege dich leise. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Scheiße. Fuck. 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 Okay, let's do credit. Oh, oh, oh. Fuck. 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 B202 B202 IF YOU WANT G Savior ALTER Yo! Fuuuck, alter, fuck! Fuuuck, alter, fuck! Ach, ale nie, ale nie, ale nie! Zatrzymał się tym prostym. Bo.. I go, ale nie! Zatrzymał się! Zatrzymał się! Majch, nie miałem się. da können wir durch und da können wir durch mal gucken was hier geht wo ist jetzt der richtige weg gehen wir hier runter eine kiste sehr schön sehr schön wenn man den namen so richtig ausspricht geile sehr viel munition richtig okay das hat sich doch gelohnt das hat sich doch gelohnt gut dass wir nicht den anderen begegnen sind erstmal sehr sehr schön sehr sehr schön wenn wir noch was sehr schön sehr sehr schön das war sehr sehr angstherflößend mein spaß natürlich ich und angst so wenn wir den anderen weg jetzt gehen okay oh gott ist es hier vorne hier vorne geht gar nichts hier ist verschlossen aber können wir auch durch hier hier Oh, hä? Okay. Ist hier jetzt der richtige Weg, ey? Boah, das ist schon echt scheiße, dass man keine Minimap hat, oder halt eine Karte, wo man drauf zugreifen kann. Das ist echt scheiße. Das sieht hier für mich wie der richtige Weg aus. Oh, Mann. Oh, Mann. Dank an Kohl. Und das war nicht der richtige Weg. Hier ist noch eine Kiste. Und das hat sich gelohnt. Innen Tars voll. Natürlich. Natürlich. Okay. Sturz. Nochmal Sturz. Gesundheitsinjektor mitnehmen. Sturz. Sturz. Das hat sich doch echt gelohnt. Das hat sich doch echt gelohnt. Jetzt heißt es den ganzen Weg zurück. Na bravo. Nee. Komme ich gar nicht mehr zurück. Von hier aus. Komme ich zurück. Okay. 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 Das ist ja schön. Und mich erwarten Gegner. Oh Gott. Keine Munition. Junge. Scheiße. Oh. wrapping geschneet. Gut. Schrei. Das ist ein Skater. mein gott ne warte mal dadurch komme ich doch wieder in den raum dann ist hier fertig hier ist nichts mehr zu holen dann muss ich hier lang wow 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 heilend ein gesundheits injektor vollkommen umsonst benutzt wenn ich dadurch leben bekommen habe beim gegner naja gut da kontaktiere ich dich reiche denn hinterausgaben alles klar mario so 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 Das ist ein Grip. Die Dreckswachen setzen ihn gerne gegen uns ein. Aber es ist gut. Funktioniert bei allen möglichen Sachen. Probier's einfach mal aus. Was geht denn jetzt ab? L2 und X. Okay. Oha. 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 Joa, direkt verkackt. Ach du Scheiße. Äh, GAP Batterien. Der GAP lädt sich mit der Zeit langsam wieder auf. Und kann auch mit einer... Äh, okay, okay, okay. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Gott. Oh, Gott. Gott, 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 Gott. Was ist los? Oh Gott! 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 Alter! Boah, die Steuerung, ey. Mein Gott. So, nochmal das Ganze. Kann doch nicht so schwer sein, ey. Alter, ich bekomme den nicht Platz. Das kann doch nicht wahrsehen. Das war's. Das war's. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein, ey. Alter. 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 Yo! Alter, ey, das Mann Scheiße Mein Gott Alter Ey, 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 mein Gott Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Geht doch Geht doch Mein Gott, das geht doch. Ich habe es endlich geschafft, mein Gott. Weiter geht's. Ist jeder echt bewegt? Ich kann nur wieder was holen. Leben, ja schön, alter! Scheiß Drecksvieh! Dann gucken wir mal. Verkaufen. Ich kann nur wieder was holen. Was hol ich mir denn jetzt? Magazin-Upgrade-Mature-Kapazität. Oh. Dann erstmal das. Dann holen wir uns noch... Nee. Erstmal hier. Magazin. Session. Ähm... Ja komm, holen wir uns das hier noch. Jetzt haben wir noch 618. Okay. Dann knipple ich noch hier im Handschuh eine Verbesserung rein. Ja. Und dann war's das erstmal. Sehr schön. Okay. Konterangriff blocken. Okay. Halte den linken Stick gedrückt, um einen gegnerischen Nahkampfangriff zu blocken. Ein erfolgreich geblockter Angriff fiegt viel weniger Schaden zur Suche nach dem Blocken nach einer Gelegenheit für einen Gegenangriff. Tiefe Angriffe fügen dem Gegner Schaden zu und werfen ihn um. Okay. 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 Oh, 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 oh. Ach, du Scheiße. Suche noch einen Aufzug. Okay. Der ist hier. Kaputt aus. Geh rein. Ich kann ihn von hier aus steuern. Bist du dir sicher? Ich lass dich langsam und sachte runter. Brems dich nicht aus. L.A. aus. Ich versuch's ja. Ein Motor hat einen kurzen beim Stromtransfer. Das System reagiert nicht. Du musst es manuell machen. Klemm einfach was in die Bremse. Schnell! J.Cob, hörst du noch? Ja. Ich muss herausfinden, was mit dem System nicht stimmt. Starte da unten die Strohversorgung neu und geh zum anderen Aufzug. Du bist fast da. Alter! 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 Okay, darauf sollte ich achten, ey. Damit sowas nicht wieder... Damit sowas nicht nochmal passiert. Alter! Finde einen Weg aus dem Keller. Ähm... Freunde, ich würde sagen... Kommt jetzt irgendein Gegner hier? Oh! Okay! Ich kann die Folge nicht beenden. Scheiße! Sicherung noch voller dich. Schwachstück! Machstück! Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle dich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. und ich hab's noch gesagt ich hab's noch gesagt dass ich darauf achte oh ich hätte ihn hier ranpiksen können so freunde jetzt aber checkpoint wenn euch der part von karl ist protokoll gefallen hat würde ich mich über den daumen freuen genauso wie ein abo aktiviert die glocke und natürlich sagen können wir uns beim nächsten mal wieder zu mit karl ist der protokoll haut rein zucker bei game over so